Leute und herzlich willkommen beim Minecraft Let's Play. Ich dachte mir, ich mag Minecraft und ich brauch mal wieder ein neues Video. Und da dachte ich mir, ich mach einfach mal ein Minecraft Let's Play Survival. Die Einstellung hab ich schon gemacht. Und dann starten wir die neue Welt mal. Welt wird geladen, Landschaft wird generiert. Ich spiel mit dem Specs Pure BD-Craft 128x128. Weil ich es überhaupt nicht mag, wenn es so pixellig ist. Aber, oh kacke, Alter. Ups, könnte ein bisschen lecken am Anfang, aber... Boah, es leckt. So. Ah, okay. Ist doch nicht so kacke. So. Ich würd sagen, dann holen wir uns erstmal Holz. Ich will jetzt nicht jeden Erfolg schaffen, Leute. Also, ich könnte es natürlich versuchen. Ich versuche es auch. Aber... Ich werde eben nicht... Ich werde es nur versuchen. Gut. Dann fällen wir hier erstmal Holz. Und ja, ich nehm alleine auf. Ähm, aber... Ähm, manchmal könnte mein Bruder kommen. Und mal zugucken. Und mal gucken, was ich grad so mache. Ja, und es wird täglich vielleicht ein Video rauskommen. 15 Minuten vielleicht. Vielleicht länger. Also... Werden wir ja sehen. Ja, dann fäll ich erstmal Holz. Das ist... Ja, das Wichtigste eigentlich in Minecraft. Und... Und... Dann... Ja, dann... So, machen wir uns erstmal Bretter und ner Bergbank. Sticks. Ich find einfach nur geil, wie die Sticks da aussehen. Hier, guck mal. Alter. So. Ähm... Ähm... Da. So. Und dann machen wir uns ne Spitzhacke. Ups. Und... Eine... Schaufel? Nicht. Eine Axt. So. Und dann hacken wir weiter Holz ab. Ich kann natürlich auch das weiße Holz nähen. Nicht das Eichenholz. Also das Birkenholz. Oh, ich hab hier ne Kuh. Ich hoffe, ich hab hier noch irgendwo ne Kuh. Nein. Das ist natürlich blöd, wenn man auf so ner einsamen Insel strandet. Boah. Cool. So. Noch einsam. Also ich find ja generell eigentlich das Tropenholz am besten. Aber das hab ich hier gerade gar nicht. So. Und ich könnte ein bisschen leise sein. Äh, wir haben's hier auf normal. Nein, auf einfach. So. So. Ich bin noch nicht so der Pro. Aber... Ich weiß eben schon, wie das Spiel geht. So dumm bin ich nun auch nicht. So. Wir brauchen natürlich auch Glas und so. Und da mach ich erstmal den Sand hier weg. Ich werd mir so ein Strandhäuschen wahrscheinlich machen. So. So. Dann machen wir erstmal hier so'n Steg. So. Ich mach den mal ein... Also fünf Blöcke groß. Das soll ja auch ein kurzerer Steg sein. Nein, noah. Jo. Gut. Dann machen wir hier drauf nochmal Stegs. So. Und einmal geht's sogar noch. So. 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 Nein. Kacke. Ich hab mich gerade in einem Block gebackt. Aber das macht nichts. Dann bauen wir den mal wieder ab. So. Na? Ja. Ich könnte ein bisschen still sein. Könnte sein mal. Aber... Nicht so oft. So. Dann bauen wir wieder Holz ab. Ja. Wieder das Eichenholz, denke ich. Auch wenn das Birkenholz ganz schön ist. Es geht. Und dann wollte ich das hier so machen. Und dann wollte ich das hier so machen. da hin. Ja. So. Wir bauen uns wahrscheinlich hier jetzt erstmal runter. Weil ich Stein brauche. Yay. Wir haben Stein. Und das erste was wir gleich machen werden. Ist natürlich eine Steinspitze gemacht. Ja. Finde ich gut. Ich hab's nie richtig durchgezogen. Ich hab immer Videos gemacht. Aber... Sie dann nie hochgeladen. Weil... Einfach... Ja. Ich hab sie mir dann nochmal angeguckt. Und nee. Dann war es doch nicht so gut. Und dann... Und dann hab ich's gelöscht. Und so. Ja. Aber das hier werde ich durchziehen. Und... Werd auch richtig... Weitermachen damit. So. Den Ofen tun wir erstmal da hin. Und jetzt nehmen wir uns Birkenholz. So. Und ich find, das ist in Ordnung so ein Boden. Das ist ein schöner Boden, find ich. So. Nee. Moment. Ich muss ja nicht in der allerersten Nacht fertig werden. Ich mach erstmal friedlich. Und... Und... Ja. Dann... Hier ist so. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Ähm... So. Dann baue ich mich hier kurz hoch. Hier liegt auch noch Milchschnittepapier. So. 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 Dann pflanzen wir erstmal wieder den Baum hier nach. Haben wir hier noch Saplings? Ja. Zwei. Ist gut. So. 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 Und so. So. Und dann bauen wir hier einmal weiter. Ups. Hat die Erde vergessen abzubauen. Ja. Und ich würde sagen, das wäre erstmal die erste Folge gewesen. Wir sehen uns dann in der zweiten Folge wieder. Und dann. Bis dann. Und dann. Vielen Dank.